So Leute, da sind wir wieder... Ja, im Bunker. Bunker. Naja, hier ist mein Wolf. Hier zu stellen erstmal hier die halbe Welt. Juhu! Nein, wir machen die Aufgaben bei der Logisch. Wir wollen ja in die nächste City... Nein. Mission... Kürbiskopf. Oh, ich glaub, dieser wird's schwierig hier. Mein Kürbiskopf. Komm. Ja, annehmen, annehmen, annehmen. Neunten... Oh! Das... Das ist allerdings sehr schwierig. So. Ach Gott, ich krieg mich mal Manual hin. Ich darf keine Manuals machen, Leute! Oh mein Gott, was soll der Shit? Also ich muss hier einen schönen... 540 Indie Nosebone Revert schaffen, jedes Mal. Oh 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 oh! So, jetzt muss ich... Nein! Und ich glaub, das war's jetzt. Oh 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 oh! Das wird gleich lauem. O oh 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 oh. Das wird glaub ich... Das wird glaub ich... див eigentlich... Es wird será Ov Dank. knapp ganz knapp ganz knapp wieder ganz knapp ich glaube das lanken ist noch genug wir kriegen die zeit wieder hin oh nein 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 und vorbei verdammt 21 sekunden schade das haben nur noch was gefehlt naja zum funskate zurück macht er nix wow my controller vibrated nein ich mag weiter machen missions mehrfach kein mehr so was wir so machen so wenn es okay damit das heißt könnten ohne ende ich habe auch schon meine kleine strecke gefunden nur schnell hoch doch nicht so wir sind dort wo wir hin wollen okay genau so wie ich es gehofft habe also auch nicht jo was war das denn eigentlich an zu schießen das gibt es doch nicht so mal 10 mal 11 mal 12 mal 13 mal 14 mal 15 mal 16 mal 17 mal 18 mal 19 mal 20 mal 15 mal 22 mal 30 so nach für ehre brauchen wir aber nicht mehr viel eine der leichtesten übungen für mich ihr wisst ja klein höpfen klein höpfen klein höpfen so ich glaube der sollte mehr als reichen nach hinten geht der heli noch ab zum funskate hui 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 wo sind die ringe 30 sekunden oh ich würde behaupten ich würde behaupten erneut dann haben wir die sache kleine mir ist diesmal echt überhaupt nicht schwer ja schauen wir noch mal jetzt ich glaube ich muss das mikrofon doch ein wenig noch 100 drin immer noch zu laut so jetzt wollen wir das ganze mal so machen so ist schon besser uah leute nein so nicht mal starten geht gar nicht annehmen logisch ja ist klar alter was geht hier ab warum schießt der hier bis hin Parrview und muita bis klärt sag ich noch 77 sekunden ist echt n witz nein kann ich schon nicht machen, dann müsst ihr erst auf Fengskate warten Der Controller vibrated. Somo Mission ist Manual Missgeschick. Jawohl, ein Manual Missgeschick. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Ah doch, ich glaube, bei dem lassen wir es noch. Verdammt, nicht abgesetzt. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Oh, das wird extrem. Nee, schade. 9.000 zum Beispiel. Egal. Solange wir alles in Pro schaffen, ist mir das eigentlich relativ egal. Mission Helm her. Ach, wir müssen jetzt gar nicht die Helme einsammeln. So wie die Brotdosen in der letzten Runde. Nein. Nein. Sein Helm mit einer hohen Trick-Multiplikator. Okay. 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 Verdammt. Also irgendwie habe ich es nicht so ganz gecheckt, aber wir haben M geschafft. Immerhin. Machen wir mit M weiter. So. Nein. Warten. Ja. Schönes Logo. Tricks. Bot. Tautologie. Na ja. Gute Wörter. Ja. Machen wir mit dem Zeitpunkt in der Gasse so viele Punkte wie möglich. Ah, was soll denn das? Junge alter. Egal. Egal. So kam mal wieder geschafft. Boom. Na dann. So werden auch mal komischer. Ja. So wir haben jetzt nur noch. Tatsächlich noch drei Aufgaben. Dann geht es in die nächste Stadt. Ah. Tonys Ziel. Ortungsgerät. Ach du. Joi. Na ja. Machen wir das Ziel orientieren. Das Ziel. Ding doch. Egal. Tonys Ziel Ortungsgerät. In 25 Sekunden. Benutze einen Flip-Trick zum Feuern. Ah. Mach! 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 Ok, ziemlich easy, deswegen würde ich sagen nochmal einen Versuch. Weil es war jetzt echt nicht schwer. Ihr seht ja, einfach nur flip-flip in die Richtung. Und es klappt schon ziemlich. Und das letzte noch. Wo? Nein! Verdammt, egal. Zurück zum Wandscape. Also es ist auf jeden Fall nicht so schwer. Es ist wichtig, es zu schaffen und nicht. Es nicht zu schaffen. Komische Philosophie. Naja, warte geht's. Hawkman in the house. So, was muss man machen? Gabe Kro... Ah, ok. 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 Das ergibt eine ganze Line. Aber ich habe jetzt schon ein paar Sachen verpasst. Jetzt machen wir das nochmal aufs Neue. Genau. Oh, Tony. Was soll der Mist, was du treibst wieder nur? Mist. Na ja, was soll ich denn rauskommen? Ja, nee, ist cool, Tony. Ja, nee, ist cool, Tony. Ja, nee, ist cool, Tony. Das war alles jetzt ernsthaft. Ich habe einen einzigen Fall vergessen. Egal. Egal. Kein Bock aufs. Das ist so ziemlich das nervigste, was es überhaupt gibt. Ja. So, Mission ist glaube ich jetzt die letzte sogar. Ja, genau. Kistenpresher. Machen wir noch ein Kistenpresher. Und dann geht's ab ins neue Level. Mal gucken, wo es dann auch hingeht. Benutzt dann Super Slam Power ab zum Schlagen. Okay. 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 So schenkst du's gar nicht. Man muss so wissen, was es geht. Mach mal noch einmal. Annehmen. Annehmen. So. Naja. Egal. Wir belassen uns dabei. Boom. So. Mission. wir haben eine mission zumindest so vorläufig das heißt wir werden hier dieses spiel verlassen und ein neues level noch anfangen auf den letzten zwei minuten kurzer einblick ins neue level wird behaupten bunker und ab auf den zwergplaneten private spiel logisch auf geht's kommt das match ich wollte die zwei minuten verbringen im match suchen schöner jump vom dach jetzt geht los aber auf den zweckplaneten gott ist das geil wo was war das denn wo ich glaube irgendwas kann man nicht machen was haben wir nicht herausgefunden was dann da oben ist auf jeden fall schon mal das tape ja cool also auf jeden fall bringst du das teil zum höher springen würde ich behaupten also nicht wenn wir das doch anders probieren das möchte ich noch gerade in der folge noch zu ende bringen ist zumindest das ist cool das ist cool nein ach komm tony warum er das so ja ich nie ist klar ja wow was geht mir ab ok also echt echt ziemlich ziemlich crazy ihr seht es nicht ich komme noch nicht so ganz klar mit diesem hohen sprüngen noch mal so wieder nicht das gibt es doch nicht rum ne gut aber lassen wir es dabei ihr habt den zwergplaneten jetzt schon gesehen ein bisschen zumindest was er nicht machen kann und in der nächsten folge geht es definitiv weiter hier auf dem zwergplanet also sage ich bis dahin euer meist servus jetzt wir w